20.31 Uhr ging das los und dann, als die Einsatzkräfte hier eintrafen, stand dieser im Hintergrund befindliche Beachclub schon im Vollbrand. Ein leichter Funkenflug hatte sich schon bemerkbar gemacht, sodass der Einsatzleiter sich gleich zu einem massiven Löschangriff von zwei Seiten mit insgesamt vier C-Rohren und einem Wenderröhr über die Drehleiter entschieden hat. Diese Maßnahmen zeigten einen relativ schnellen Löscherfolg. Nichtsdestotrotz ist diese Einrichtung doch erheblich beschädigt worden. Zwei Container, die dort noch verbaut worden sind, wurden geöffnet und zwei Gasflaschen, die nicht betroffen waren, sichergestellt. Bedingt durch den Funkenflug und den Wind hier im Hafen war zu Beginn eine leichte Gefährdung der Gebäude durchaus vorhanden, sodass der Einsatzleiter natürlich gleich diesen massiven Löschangriff durchgeführt hat, was dann auch Erfolg zeigt. Oben auf dem Bereich sind wir dann mit vier C-Rohren in einem Zangenangriff und gleichzeitig über das Wenderohr der Drehleiter zum Schutz der Gebäude vorgegangen. Personen sind glücklicherweise nicht zu Schaden gekommen und wir sind jetzt noch mit den Nachlöscharbeiten hier eine Weile beschäftigt und waren mit insgesamt 40 Einsatzkräften vorhanden.